So, hier sind wir bei der ersten Folge von Gastauftritten. Äh, ja, ich weiß, äh, ich hab das nie gesagt, dass es Gastauftritte gibt, bla, wie ihr euch bewerben könnt, das steht in der Videobeschreibung. Und heute haben wir dabei den Eismacher 55 AK Chrissy 0801. Hallo, und ich bin HeroBron. Ja? Ich bin HeroBron. Los! Das ist ja Hammer. Okay, ja, ja, das ist Hammer. Und ich weiß gar nicht, wie man HeroBron richtig aufnimmt. Er spielt man nicht, Entschuldigung. Okay, jetzt muss ich die... Danke schön, meine liebe Bumbella. Ihr seid so dumm, meine lieben Freunde. Ich töte euch alle. Ich war noch nie HeroBron. Wir wollten eigentlich Survival Games oder Trouble in Mineville aufnehmen, aber Trouble in Mineville geht nicht, weil die Server immer abschmieren, wenn zu viele Leute drauf sind. Und bei Survival Games kommt man einfach nicht drauf, weil zu viele Leute spielen. Tja, und bei HeroBron? Sterb, ihr lieben Freunde! Scheiße, der Schaddetektor funktioniert bei mir nicht. Ha, die sterben! Ha, 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 alle tot! Ja, aber ein Schaddetektor... Ja, aber ein Schaddetektor... Ja, aber ein Schaddetektor... Ein Schaddetektor... Und wenn drei Schaddetektor zurückgebracht werden, dann bist du sichtbar. Ich weiß es. Das ist auch so dumm. Die Server-IP, wo wir drauf spielen, steht natürlich in der Beschreibung. Stirb! Stirb, bin ich! Stirb! 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 Das war alles kollektische Art, du bekommst stronger. Ich, ich geh einfach nur auf die Leute drauf, mir ist das wurscht. Ich geh einfach nur auf diese Leute drauf. Fuck you! Aber ich muss ja schon, dass sie den Chart nicht hinkriegen. Wo ist, wo ist der Schadmann? Was? Du wirst gleich sterben, Schadmann. Ich muss auf Glück... Ich muss kurz mal zum Default-Texture-Pack wechseln. Weil... Hm, dieser Schadmann da, die finden den Chart... Hat einer den Chart schon gefunden? Nein, oder? Es pickt ab, der Chart. Ja, super. Jetzt muss ich schon, dass ich den Schadmann da töte. Wo ist der Schadmann? Sag ich dir doch nicht. Ja, ich bin aber Hero-Bine, das musst du mir sagen. Ich hab schon 6 Punkte. Oh mein Gott, der Schadmann. Ich muss schon, dass ich das jetzt... Sorry Leute, ich muss hier jetzt im Default-Text-Spec spielen, weil... Ja, weil die Kompasse da nicht ganz funktionieren in den anderen Text-Specs. Okay. Uh, 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 uh. Also, es kommen jetzt gerade alle her. Und jetzt... Bump! Es bringt dir nichts, wenn du die Leute umbringst. Wenn wir jetzt den dritten Chart zurückgebracht haben, haben wir gewonnen. Ja... Ich möchte eigentlich nur Punkte sammeln. Das ist... Oder wie das auch immer heißt, oder heißt das Karma, oder... Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich auch nicht. Hey, TNT! Also, ich glaub, dass es... Ach, Schadmann. Also, was passt. Bitte nicht mich umbringen. Na, wo gehst du hin? Werden den Chart! Kacke, wenn ich jetzt... Wenn ich das jetzt nicht mehr schaff... Soll ich dich umbringen? Nein, komm, bitte nicht. Oh, schon wieder der! Shit! Ich muss jetzt schauen, dass ich einen Hinterhalterangriff schaffe. Was ist das? Chemical, ähm, Grenade. Mach schnell, kleiner, mach schnell! Wow! Mach schnell, kleiner, mach schnell! Komm hier hin! Er ist tot! Er ist tot! Schad! Schad! Doch, tot! Schad! 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 Er ist weg! Er ist schad! Okay, es leben noch zwei Leute. Ich bin... Shit! Shit! Ich hab noch... Tränke! Bam! Scheiße, ich bin tot! Ha! Ha! Ja! Und hier kommt der zweite... Und hier kommt der zweite... Und hier... Und hier... Und hier... Und hier... Gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Hallo! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ha! Ja! Sollen wir noch eine Runde draufhängen? Oder? Nee! Ich glaub, das reicht für den ersten Gastauftritt, oder? Ja! Ja! Okay! Also, sein Kanal ist unten in der Videobeschreibung, der... Die Server IP ist unten in der Beschreibung und alles mögliche andere, die... Das Formular für die Bewerbung für Gastauftritt ist und dann in den Kommentar... Äh, unten in den Kommentaren in der Videobeschreibung! Bäh! Ja! Nächste! Und... Schreibt irgendwelche unnötigen Fragen in die Kommentare über das, was eigentlich in der Videobeschreibung steht. Ja, ich hab so gut wie alles in die Videobeschreibung gepackt. Also, nicht unnötig Fragen, so wie bei den anderen Videos. Also, nicht bei mir, sondern bei anderen YouTubern. Also, dann, äh, war's das für den ersten Gastauftritt. Ich sag Tschüss und... Tschüss! Und tschüss!